Was haben wir denn heute alles so gemacht? Ich bin vom Bett runtergefallen und habe mich so toll am Kopf angeschlagen. Wir haben Spiele gespielt. Was für Spiele? Fussball mit Gummireit, wo wir aneinander gefesselt waren. Sie sind hier, hier, hier. Ein Last Man. Und Rugby. Rugby mit einem Ballon, also mit einem Wasserballon. Und dann noch einmal Rugby. Dann haben wir zuerst ein spezielles Schwarzen Mal gespielt. Speziell den Schwarzen Mann. Und dann... Und dann... Also... Ehm... Schwarzen Mann. Und... Also wenn... Fänger müssen einfach jemanden hitzen. Und dann dort, wo man ihn hitzt, muss man sich halten und als Fänger dann so rumlaufen. Wie fühlt sich? Äh, ja. Äh, äh, äh. Nog weg. Und das Beste ist, wenn man ihn so hat. Mach es! Mach es! Mach es! Ja, du winken! Mach es! Der Niklas tut der Spielfeld! Der Niklas ist tot, der ist offen! Ich darf sie überlassen! Und dann haben die Kleine und die Großen in die Gruppe aufgeteilt und dann sind wir Knöpfe üben. Was hast du alles für Knöpfe geübt? Kennst du den noch? Mastwurf! Ja! Und Kultenknopf! Wir haben dann eine Leitere gemacht mit dem Hölzer mit dem Mastwurfknopf und dann haben wir die im Baum und dann sind wir dann immer auf- und abgestimmt. Und dann zu Nacht gegessen. Tschüss! 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 Tschüss!